ich komme gerade raus, hör doch auf wenn man so etwas zu sagen ich hoffe er fühlt uns nicht ein nest voller super was wer ist verletzt wer denn wo seid ihr ja ich höre doch hilferufe wo seid ihr seht euch nicht ja ich weiß nicht wo ihr seid ich habe keine ahnung wo die sind ich habe keine ahnung wo die rufen hast du gerufen sie wird sterben sie braucht hilfe schnell sie ist hier drin hilf ihr hey kann ich auch nachher wieder kommen ich bin hier gerade beschäftigt endlich doch mit kellogg hat hier wohl halt gemacht sie dich um mal sehen ob wir die vierte wieder willst du dir eine sammlung aufbauen oder was ich habe dir doch gesagt dass kellogg's lieblings auto der welt hat bingo was meinst du junge kannst du uns weiterführen traut mich immer noch woher kennt der dog meet nick gut naja ganz große klasse schaffi hey muss ja noch alles hier lassen jetzt oh verdammt, 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 270 egal, weiter los dogmeat zeig mir den weg verdammt, wo will er denn hin kronkorkenpatron ist im weg verdammt, das brauche ich auch alles sieht mir nach einem von kelloggs rastplätzen aus, halt die augen offen das ist nur kurz durch dog, dogmeat hat etwa hat etwa kelloggs die alle umgebracht auch dogmeat, das ist jetzt aber scheiße wenn du da stehst hast du die vierte verloren, mein Junge ja, ich würde auch gerne mal zu dem Typen da ran, aber geht ja anscheinend nicht blutiges verbandszeug eine gute Fährte für dogmeat gut, Junge, schnappen wir uns den Kerl schnappen wir uns den Kerl, sagt er N 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 achso, ich kann ja ihm eigentlich auch was geben mal sehen was ich tun kann ich hab ja gar nicht mehr dran gedacht verdammt Impulsgranate wenn die ihm eine andere Waffe gibt schießt der denn eigentlich auch damit? wäre mal interessant zu wissen ich geb ihm mal ein paar Stück kann sich gerne aussuchen und hat Kotzi alles mitgenommen meine ganzen mein ganzes Schrott, meine ganzen Waffen oder sind die jetzt weg aber jetzt das für wir werden strassen die 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 Ja, okay, jetzt. Das war es dann wohl jetzt. Es wird hell. Es kann doch nicht sein, dass dieser Kellogg hier in der Gegend ist. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Steht da eine? Alles erledigt. Alles erledigt. Ja, ein bisschen länger hält er ja schon durch mit seiner Ausdauer. Boah, scheiße, Alter. Boah, den krieg ich nie mit der Waffe. So krank. Da brauch ich definitiv eine andere. Vier Zellen. Schafsschützengewehr. Mächtige Spruflinte. Ich nehm mal die. Habe ich noch nicht ausprobiert. Ihr sollt so schnell sein. Kopf, den Kopf, genau. Oh, toll. So keine Aktion spüren. Zeit, probierst du, toll. Ja, rinna mit. Die Waffe ist gar nicht so schlecht. Nur etwas schwach. Alles gut, Dogmeet? Wir müssen zusammenbleiben, Kumpel. Ja, allerdings. Wenigstens, bis wir Kellogg finden. Die Waffe gefällt mir. Wie gesagt, nur ein bisschen schwach. Toll, der hat man bestimmt auch schon reingehen können. Hä? Wo will der Hund hin? Ist das hier etwa jetzt eine? Doch nicht. Dogmeet hat was gefunden. Du weißt jetzt ja, wie das läuft. Huch. Ich hoffe, es hat keine... Uah! Siehst du noch was? Eine Attrappe, was? Sehr schlau. Aktivieren. Ich will es aktivieren. Geht nicht. Wo führt der uns denn hin? Boah. Bist du sicher, dass das letzte war? Hört sich nichts an. Immer nach 999. Wie viele Militungen habe ich denn da eingesammelt, sag mal? Ich dachte, man könnte sich doch noch gütlich einigen. Du hast wirklich gedacht, du kannst dich mit einem wilden Ghoul einigen? Gütig? Na, alles klar. Boah, ich nehme schon wieder jeden Schrott mit. Geh einfach dem Hund hinterher. Lass den Hund in Ruhe. Sag mal, der will nicht sterben. Ich muss ja noch mal hier kurz reingucken. Nicht. 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 Was? Wie bitte? Verdammt. Das muss ja eine fette Party gewesen sein. Was ist denn hier schon, wenn man passiert? Was haben wir denn hier? Fehler. Systemfehlerhaft. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Wer ist da hinten? Ich muss mich kurz vorbereiten. Da wartet doch einer auf mich. Ich bin sogar sehr sicher, dass da jemand wartet. Der Kellogg scheint ja ziemlich schlau zu sein, glaube ich. Der hat bestimmt mitgekriegt, dass wir ihn verfolgen. Muss ich immer wieder drüber frähen. Scheint ein Super-Mutant zu sein. Das ist ein Super-Mutant. Du spielst hier mit dem Falsch-Mutant. Oh. Hör auf damit. Hör auf zu sein, denk ich. Nick? Bin ich gerade falsch abgebogen, oder was? Wo ist denn der Hund? Hä? Ist hier noch was? Was haben wir denn hier? Fehler. Systemfehlerhaft. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Dogmeat? Würde gerne mal einen Hextersinn einsetzen. Aber geht nicht. Irgendwas Nützliches? Noch habe ich nichts gefunden. Hä? Jetzt weiß ich auch nicht weiter. Was haben wir denn hier? Was ist los, Junge? Wonach suchen wir? Hä? Nun? Toll, jetzt habe ich die Spur verloren. Hast du einen Vorschlag? Aufgepasst. Wie sieht der Plan aus? Ah. Ich kann ihn ja untersuchen lassen. Guck dir das an. Hallo? Nick? Das hier sollst du dir angucken. Schau es dir an. Noch ein Zigarrenstummel. Den habe ich ja nur gar nicht gesehen gerade. Das war Zufall. Ja. Ja. Das war Zufall. Kellogg ist immer noch da draußen. Wir müssen ihn finden, Junge. Da war kein Zigarrenstummel. Was machst du da, Dogmeet? Willst du mir sagen, dass wir hier lang müssen? Oh, das ist ja ganz schön. Yeah. Oh, ja. So. Boah wie weit laufe ich denn schon mit dem eine satellitenstation wir sind dran das spüre ich sie dich um was meinst du war das unser mann ich kann gerade nichts machen er guckt hier von alleine in die weltgeschichte das sieht aber schon ganz schön krass aus hier ja brauchst du nur blähfliegen drüse und fleisch muss da suppe daraus machen machen wir auch nicht erst schon seit einer halben stunde fort hagen hier drinnen doch wir müssen einen eingang finden sind wir hier richtig ist er da dann paar top mit so So